Hey Leute, heute mal ein etwas anderes Video, was ich eigentlich mal ausprobieren wollte. Wir haben mal auf OMITV ein paar Pranks gemacht und da auch Anmachsprüche. Nicht so viele, aber ein paar, die von Wish bestellt sind, wie auch im Titel steht. Leute, macht euch selber ein Bild. Manches war echt zu hart cringe, aber manches war echt lustig. Also macht euch gerne ein Bild ein bisschen hier und dann macht euch wirklich ein gelberes Bild. Ich fände, es ist echt gelungen und dann viel Spaß mit dem Video. Ab da! Und so drauf sind. So, gucken wir mal den ersten. Oh! Oh, jetzt habe ich aber Angst, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ja gut, da schalten wir mal weiter. Jetzt will ich mal irgendjemand, dass jemand redet hier. Oh, der ist halt auch von TikTok oder so. Ja. Ja, warum ist bei dir hell? Nicht. Es leckt. Es leckt was? Keine Ahnung. Ja. Oh mein Gott. Next. Moin. Moin? Wenn du ne Kartoffel wärst, du wärst ne Süßkartoffel. Hm, hm. Fand ich schon. Achso, ja gut. Schade. Hm, hm. Ach, was ist das? Ja. Ja. Naja. Ja. Nein, 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 im Fenster. Stell dir vor, du sitzt auf dem Club und gisst. Und auf einmal kommt so ein Ich und verändert seine Stimme und sagt, du bist in einem YouTube-Video. Und dann sagst du, oh mein Gott, bin ich wirklich in einem YouTube-Video. Und dann sag ich, ja, du bist in einem YouTube-Video. Und jetzt? Und dann sagst du, fuck, ich wichse mich ja gerade ein. RIP. Und dann sag ich, lass ein Abo und ein Like da. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah, ja, wer zu den Kohlensprecher, das hört sich gut an. Danke sehr. Danke sehr, danke sehr. Jo, jo. Oh, erst mal ein Joint. Ah, nice. Ein Jumbo. Hey, Jibo, Junge. Nicht Joint. Joint sagen die alten Säcke. Ja, gut, stimmt. Beim Dubi. Hast du auch wieder recht. Gerade. Oh, perfekt. Wow. Noi. Oh mein, komm, der ist zurück. Noch einer. Noch einer mit Sonnenbrille. Hehehe. Ist auch cool. Ja, stimmt, den damit dauert. Aber gut, Käppi. Cooler Typ. Cooler Typ. Danke. Ist das eine Gucci-Sonnenbrille? Nee. Vielleicht gibt es über welche von Gucci? Keine Ahnung. Natürlich. Ich kenne nur eine Marke, aber... Von, äh, von, äh, Sonnenbrille. Jetzt gebe ich dir auch ein. Boah, Digga, das ist ein YouTuber. Kommt, ey. Nee, ich... Doch, auch, aber... Wie heißt du, wie heißt du? Cospo. Und ihr? Ich hab's ja nicht erzählt. Aber du bist doch... Bist du auch bestimmt YouTuber, oder? Nein, aber bitte sag mal da... Schreib mal deinen Kanalnamen von YouTube da rein, bitte. Ja, okay. Du siehst mir so... Du siehst mir sehr nach einem YouTuber aus. Cospo. Aber ich mach nur Brawl Stars, so weißt du. Kennst du das überhaupt? Ach, du zockst doch kein Brawl Stars. Ah, okay. Hä, was für Scheiß-Camp, Digga. Ja. Sehr, sehr hoch. Also ich zockt selber nicht. Ich hab's mal gezockt. Aber sehr, sehr, sehr hochwertigen Kanal, das muss ich sagen. Fällt mir gut. Danke, danke. Ey, der ist komm an zu einem YouTuber, Digga. Ich will auch was, was hast du da? 6,7? Sorry, ich hab's doch so. Ja, klar, denke ich. Du bist mal, du bist Kind, Oli. Brods, du bist so, wie sie in diesem Telekom-Glauch. Ey, voll geil. Weiß... Guck mal, ich hab's so was, ich hab's gespürt, dass du YouTuber bist. Aber bei dir denkt man auch so, du bist YouTuber. Also wenn man schon so irgendwie... Ich... Ich... Nein, ich skippen, bitte. Ich weiß, was skipp's, ich weiß, was skipp's, ich weiß, was skipp's, nein, es skipp. Ich schwör, weil du so nett zu mir bist. Ich bin nur ein bisschen... Ja, weil ich mag es, meine Hand auf meine Ausdruck zu finden. Ich bin zu melden. Ja, ja. Ja, ja. Wer hat Sport als krass verändert, der Schöpfen, die zuletzt, keine Ahnung, vor einem halben Jahr gezockt, oder ja? Ja. 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 Hi. Hi. Moin. Mit deinem Oberlippel. Okay, ist geschminkt. Achso, ja gut. Wir haben nur eine und nicht beide. Einfach so, ja gut. Ja, gut. Hey. Hey. Als Gott, die schuf. Ah, scheiße, jetzt hab ich verkackt. Wie geht's dir? Alles gut, und bei dir? Auf. Hast du Insta? Nein, leider nicht. Als ob du kein Insta hast, halt, aber gut. Meine Eltern sind auf. Achso, ja gut. Ja, gut, geht da, ja. What the fuck. Hey. Ich mag eine Sonnenbrille. Ja, danke. Ich gehe fresh aus. Geile Kette. Auch nochmal danke. War das gerade auch eine Sonnenbrille, oder was, hier im Bild? Ja. Ja, klar. Ah, ja. Aha. Richtig stramm einfach. Perfekt. So musst du. Was machst du? Was ich mache? Mhm. YouTube-Video. Bist du YouTuber? Auch, ja. Wie heißt du? Ich kann's ja, also Cosmo, aber eigentlich, hab ich noch nie so... Äh, warte. So. Ne, ach, scheiße. Hab der gut, Cosmo. Auf jeden. Aha. Ja, hast du 6.740 Abonnenten. Ja. Moa? Ja. Aber ich mach nur Gaming sowieso, also... Na? Nö. Alter, seid ihr draußen? Ja. Ja, moin. Ja, doch, klar. Moin. Moin. Und was machst du? Ich bin draußen, ja. 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 Ich, ich fahr Fahrrad. Ah, perfekt. Wohin fährst du denn? Ich fahr einfach. Hi. Hey. Was geht? Alles gut und bei dir? Auch gut. Ja. Wie alt bist du? Ja, ich bin 17 und du? Rate mal. 15? Ja. Ja. Opa, echt? Ja. Genau, oha. Ja. Best im Raten. Ja, anscheinend. Und hast du Insta? Ja. Echt? Soll ich mal. Ah. Also, ich hab was. Perfekt, man sieht nur den Kopf. Ach, manche, Alter. Komm. Komm. Irgendjemand, mein Gutes. Irgendjemand. Hey. Hallo. Das ist so groß. Siehst du das? Meinst du mich oder was? Nein, nein. Coole Sonnenbrille. Danke. Bitteschön. Man sieht absolut. Na gut, ja. Ja, man sieht doch gar nichts, weil ich mich nicht zeigen will. Tschüss. Weg. Tschüss. Hey, ich wollte gerade jemanden in der Forze. Ja, das ist ja. Oh, dicker. Moin, was geht's? Nächste bei dir? Auch, auch. Muss doch. Ja, nix. Was machst du gerade so? Gerade, wie gesagt, nix. Und ihr? Ja, links. Na gut, ja. Guten Tag. Hey, was geht's? Nichts bei dir. Auch. Als Gott die Schuhe wollte er bestimmt angeben, oder? Was? Als Gott die Schuhe wollte er bestimmt angeben. Ja. Maschallah, Maschallah, Bruder. Danke schön, danke. Ich find's lustig. Hat doch gesessen. Ja. Oh no. Ach, schuhe. Und hast du Insta? Ja. Willst du bestimmt mir definitiv nicht geben. Ich schreib's nicht rein, ich bin zu faul. Ja gut, dann. Schade. Ja, wird's kommen bei Radio Burkhardt. Mit dem spreche ich da? Mit dem, ähm, Markus. It's not the yellow from the egg. Yes. Your English is perfect. Yes, I know. Oh, ich find in English so schlecht, ne? Your English is not the yellow from the egg. Exactly, exactly. Exactly, exactly. Einfach, ja, moin. Hm, ja, perfekt. Oh, Gangster, die war. Geil, du, richtig krass. Gangster. Ja, Mann. Was geht? Geil. Du hast auch ne schöne Urinne. Ey, Bratan. Was hat die gesagt? Bratan. Bratan. Ah, schon wieder. Moin. Mann, so schnell sieht man sich wieder. Ja, mach ich nicht. Oh, aber auch Gangster tun. Definitiv. Du auch, ne? Ja, mit dem Tuch. Ja, klar. Musst du. Ich hab bloß ne Sonnenbrille. Hä? Ich hab bloß ne Sonnenbrille. Ja, ja. Warum nicht? Hallo, bist du Jusen? Ach so, hast du ein Hund. Du war? Ja. Ach so, hast du ein Hund? Ja. Ja. Dachtest du, das wär ein Schwein? Ich glaub, es hackt bei dir. Ich konnte es erst mal gar nicht so sehen. Ich konnte es erst mal gar nicht so sehen. Alter, ich hör mich doppelt. Ey, ich liebe das so, wenn dieses Mikrofon so perfekt ist, ne? Krieg mir 10 von 10. Perfekt. Ich hör mich selber. Ich hör mich selber. Oh. Was geht? Was gibt's zu lachen? Gar nicht. Perfekt. Perfekt. Alles fress. Was geht bei dir, Sohn? Alles gut und bei euch? Einfach chillen. Ja, ja, so mach ich's auch. Erstmal. War das ein Bier oder was? Ja. Scheiße. Perfekt, Digga. What the fuck? Als ob man das die ganze Zeit so macht. Ja. Ja. Ja, ja. Man versucht es. Perfekt. Erstmal. Ja. Soll ich mal von dem TikTok nochmal TikTok machen, was du dann TikTok ist? Moin. Perfekt. Perfekt. Welche Farbe hatte der Stuhl? Braun. Nein. Blau. Ich hab nicht mal geguckt. Aber... Ja, wo hast du denn hingeguckt? Auf der schwarzen. Machst du uns... Wie heißt das? Stitch, wo man dieses... Ja, gut, jetzt reicht es aber. Ja, bist du? 17. Und du? Ich bin 18. Auf jeden Fall bis 18. Du kleiner Hohlensohn. Hör auf den so leiden. Tut mir leid, mein Freund ist ein bisschen unhöflich. Ja, hab ich schon gemerkt. Okay. Moin. Hey, wie geht's? Wie geht's dir? Äh, gut. Ja, sorry. Perfekt. Ey, warum hast du so schöne Augen? Weiß ich nicht. Ich frag meine Eltern. Ja, stimmt. Wir machen kurz Sinn. Du komm. Was kommt? Was kommt? Wer kommt? Ich komme. Was? Hallo. Ja, erstmal. Moin, hey, wie geht's? Euch. So muss das. Ja, gut. Oh, erst mal Schokoladenküsse. Ja, man, na. Du wirst 16. Ja? Du wirst 16. Ich bin 17. Werde aber nächsten Monat 18 also. So jung, ist das wirklich draußen so hältst du die Sonnenbrille draus? Ja, ich wohne ja nicht in Deutschland. Wo wohnst du denn? In Amerika. Am Schützer vom Computer. Ja, jetzt aber ich wohne halt in Amerika. Zeig mal, zeig mal bitte. Ja, ich kann, ich kann, ich kann die Webcam jetzt nicht mehr wenden. Aber, ich, wie alt seid ihr denn? 23. Also, na gut, man sieht, man sieht halt gar nichts, ne? Außer ein Hund, ne Katze, ja gut. Perfekt. Das ist schön, kein? Aber, ja, ich mag Tiere, deswegen. Ja. Dann wird einfach geskippt. Ja, so wie du auch. Döda. Ne, nicht dir. Hallo? Als ob er euch hell ist. Ja, oder was ist das? Wir sind an der Karibik, das ist die Sonne. Ja, als ob. Bei mir wurde schon gefragt, also so, komplett random bei mir hell ist, aber gut. Ich spaß nicht. Nein. Uff. Moin, wie geht's? Sehr gut. Ja, das ist auch gut. Leute, hier müsste ich leider, ähm, No Copyright Sound drüber klatschen. Also, ich meine, meinen Sound drüber klatschen, also meine Stimme, weil da No Copyright Sound, äh, ist, und ratet mal, welchen Copyright Sound, natürlich von Katja Krasowitsch, ich habe dicke, dicke Lippen. Ja, moin, äh, ja, perfekte, perfekt einfach. Hallo? Ja, moin. War das jetzt positiv oder negativ? Was? Ja, was ist das, wie man sagt, Kameraden? Ja, man hat ihn nicht verstanden. So, Leute, wenn, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Like und Abo, da würde mich wirklich extrem freuen. Ähm, wenn ihr auch noch irgendwas habt, was ich machen kann, hier auf dieser OmeTV-Plattform, dann schreibt es unten in die Kommentare, weil ich habe auch schon mal sowas geplant, äh, wie viel ist dein Outfit wert, so, äh, Fragen, oder, ähm, Ome sucht das, äh, super Talent, keine Ahnung, und frage ich nach einem Talent oder so. Es ist, die Möglichkeit ist da. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, dann wir können nochmal eine Reihe machen oder nochmal, äh, eine Folge, wenn ihr Bock habt, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Wünsche, äh, Ideen habt, schreibt es in die Kommentare, ich würde mich sehr interessieren, ich lese mir alle durch und werde auch alles kommentieren. Leute, in diesem Sinne, haut rein und macht's wie der Typ jetzt. Bis dann, ciao. Lass ein Abon like da. Auf jeden Fall.